Musik Hi Leute und herzlich willkommen bei TZ Und wir kommen heute zu einem lang ersehnten neuen Boxautomat Team of the Season Blind Draft Ja, und zwar geht es heute darum, Timo hat von Michaela hier noch was gefunden Ja, und hat sich direkt mal über sein Mikrofon drüber gehängt Sie hat ihn mir gegeben Ja, alles klar Dann habe ich gesagt, halt die Schnauze da vorne, habe ich gesagt, Digga, darum spielen wir jetzt, wer sich den an sein Mikrofon hängen darf Ja, weil man muss sagen, ab und zu, ne, wenn man so zockt und so, ist es ganz gut, wenn man hochfahren Und dann kann man das Mikrofon wieder runterfahren, dann läuft es auch wieder, ne Genau, und ich bin aktuell hier blank, ne Deswegen habe ich gesagt, Digga, wir machen ein Blind Draft darum und es wird sogar ein Boxautomaten Blind Draft, weil Man sieht natürlich nichts, hat jetzt Sorry, Brian, ich erkläre gerade nämlich klar eins So, auf jeden Fall wird es mit der Blind Draft so ablaufen Für jeden Team of the Season, den man in seinem Team hat, bekommt man einen extra Punkt, ja Nach jeder seiner Runde, ja, wird dann um die Punkte geschlagen, ja, ob man sie behalten darf oder nicht Bedeutet, wenn ich jetzt meine Runde abgeschlossen habe, hat er ein Team of the Season, also plus einen Punkt, gehe mal einen Boxautomat Timo wäre ich drauf, 800, ich wäre ich drauf, 820, darf meine Punkte behalten, ne Habe ich keine extra Punkte, gehen wir trotzdem zum Boxautomaten, boxen es aus, weil dann dürfte ich, ja, Timo seine Punkte klauen zur Not Wenn aber das dann der aktuell höchste Schlag wäre, ne, einfach Genau, wir machen aber halt, wie gesagt, wenn wir beide gar keine Trots drin haben, dann wird natürlich wieder geboxt, würde ich sagen, um zwei extra Punkte am Ende Genau, ja, genau, ich würde einfach sagen, wir gehen rein, lasst auf jeden Fall, wenn ihr mehr Blind Draft sehen wollt, Daumen nach oben da Lasst ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich So, dann schnicken wir jetzt aus, wer dran ist und Jungs, das Ding ist natürlich nicht getragen, das ist neu, ne Ist wirklich so, also wir sind jetzt hier, ne, nette Verdenkungen sind wir jetzt total unter die Perverse gegangen Der ist wirklich neu, bei dir manchmal seine Blicke so Ihr habt ihn uns einfach mitgebracht, so ein Fanpaket, da gibt es auch noch ein paar geile Sachen für euch im Steam zu gewinnen Also, lass den Daumen da So, schnick, schnack, schnuck Bei mir läuft so, bei mir läuft so Wie der Schnaps bei einem Alkoholiker So, ja, du fängst an Neue Maske ist da, nicht erschrecken So, dann, äh, ja, fangen wir den Draft an hier Alter, das steht mir gar, also wirklich komplett die Brecht ans Gesicht So, dann, äh, deine Aufstellungen sind da Ja, moin, da sind ein paar gute dabei, auf jeden Fall Ich nehme mal direkt die vier Und du nimmst die beschissenste von allen Abfahrt So, dein, äh Totz muss man sagen Totz muss man sagen, deine Kapitäne gehen auf, es ist kein Totz dabei Ich nehme die zwei Wirklich? Sie? Ganz sicher Ganz sicher Gib dir einen Tipp Du kannst was besseres holen Zwei Beine, zwei Dann hast du verkackt Was siehst du aus in der Kamera So, nächsten Spieler sind da Die drei Die nächsten Spieler sind da Und man muss dazu sagen, du hast eine Icon drin Oh, die Icon sitzt immer auf eins Sorry, war nicht getroffen Warum war ein bisschen Trauer in deiner Stimme gerade? Äh, so, die nächsten Spieler sind da Es sind zwei Totz mit drin Fünf Wow Ja, hab ich getroffen oder nicht? Ja, du Wichser, Alter So, die nächsten Spieler sind da Bitte was? Die nächsten Spieler sind da Ich kann die Scheiße an den Nagel hängen Drei So, dann, äh, nächste Spieler Proski, halt die Schnauze Vier Oh, Mann, 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 Mann So, die nächsten Spieler sind da Ich sag, das Höchste bleibt bei mir, Alter Zwei Das hört sich immer gut an Scheiße, Jungs So, ja, so kann das So stelle ich mir das vor Ja, okay, dann die Fünf Ja, genau, so stelle ich mir das vor Was ist das? So Ja, du hast einen Totz drin Drei Ja, mitgetroffen Wo war er? Zwei Nein Ähm, ja, die nächsten Spieler sind da Drei Drei Ja, du hättest auch ein Team of the Year treffen können Und, äh, ja, die nächsten Spieler sind da Und es ist auch ein Totz mit drin Drei Wieder nicht getroffen Oh Wo war er? Auf, äh, eins Wow, Jungs Wow, 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 wow So, dann gehen wir jetzt auf Autovervollständigung da hinten Wir können uns, äh, Moment Ich kann ja wieder da vorne die Ding starten Dann kann man beim Schneiden dann die, äh, die, den Timer reinmachen, ne Dann gebe ich dir jetzt den Controller in die Hand Hier ist er Ich zähle Drei Zwei Eins Let's go So, die Zeit läuft ab Und du hast jetzt auch vorne dein Timer 55 Sekunden sind noch übrig Aber ich würde auf jeden Fall Du hast ja noch hinten Aspi Liquita Trotzdem kannst du ja noch reinstellen Der ist aber ganz hinten Da musst du den ganz hinten nehmen, ne, Digga Und, äh, ja, leider, du siehst auch Du hast im Tor ja net die Icon getroffen, ne Der Abwehr läuft ja auch Deswegen, ähm, nimm doch Ding Aspi mit Der steht auch hinten totz, Digga Du kriegst ja noch einen extra Punkt Warum nimmst du den nicht mit? Ja, Aspi, ja, moin Ich kann dir deine Schwester Digga, warum net? Ja, genau, den würde ich auf jeden Fall da reinmachen Das bringt auf jeden Fall Pluspunkte Und, wow, Alter Der hat schon wieder so einen Rotz bekommen, alter Jungs Fuck mich das schon wieder ab, ey Äh, wenn haben wir noch so ein Mittelfeld Halt deinen Maul, ganz ehrlich Ich will das Ding haben Hör auf, streich dir die Netgarten Hallo Hör auf, streich dir die Finger weg Äh, ja, achso, wir haben hier noch in der Mitte Hätten wir gleich noch was Ich kann auch gar nichts mehr sagen, Jungs Das ist wieder, guckt euch das da oben an Haben wir noch irgendwas, was hier noch reinpasst? Ja! Ja! Da war net mal drin Doch? Da war noch drin, Digga Yes! Oh! So, sag mir dein Spiel an sich gar nicht so gut, ne Sag mal dein Manager Ich bin jetzt dein Manager Oh, fuck, Alter Und ich nehm die Drei Ich hol da noch raus! Wow! Yes! Das ist brutal Höchstchen! Right by me 179, Alter Wie bin ich? Hä? 180 179 Ich hab noch einen Totz drin Ja, wow Hä? Hatte ich eine Ikone im Tor? Ja, hab ich dir doch gesagt Hast du noch getroffen? Aktuell hab ich noch 180 Auf der Uhr stehen Wird natürlich später noch ausgeboxt Aktuell, so wie es aussieht Und ja, wir gehen hier rein Mit dem Draft-Token gab's Aufstellungen sind da Kannst loslegen Ich nimm die drei Aufstellung bei dir war auch reudig Oh, sorry, brah Ja, das Problem ist jetzt nach so einem Zart Ja, ist überhaupt irgendwas Gescheites dabei? Als Kapitän schon keine einzigste Special Card Nix Für die zwei Egal Donnarumma Boah, hoppala Boah, sorry, brah Ja, komm Also, warte mal Dein Best-Rate-Thing ist Simic Ist die vier Ja, und das war die Schlechteste Das war auch so lächerlich, dass du dann Totz ist da Totz ist da Totz ist da Zwei Ja Ja Es ist ein 81er geworden Auf der Position ist das schon ziemlich stark Boah Totz ist da Vier Ey, la malema Lanke Passt auch nicht So seht das schön aus Jungs, ich kann mich echt nicht freuen, gell Mach Heinz Er soll nur lachen, Jungs Den zerreiß ich noch Es ist ein Totz-Player dabei Drei Oh, genau die Mitte Zwei gute Karten, ne So Totz ist dabei Zwei Ja Per Mertes Acker Ja, fast ein Totz, bra Totz ist dabei Du hast so viel Totzen, ne Und du verkackst es Vier Ja Ja Kann ich gar nichts Ich gucke halt nicht so wie du Ja, ey, kann ich gar nichts Brauna Brauna Ach du Scheiße Ach Was ist Holy Scheiße Du hast zwei Scheißkarten, ne Ja Hast zwei ultimative Informkarten, ne Ja Wobei Einer Schon alles zerstört Und du hast ein 96er Ronaldo Icon Das verrate ich schon mal Und die drei Nein Das ist Ronaldo Und der liegt alles Niemals Scheiße Niemals Bar of Great Time Er dreht das ganze Ding Niemals Let's go Nein Mach Zwei Zwei Er dreht das ganze Ding mit einem Pik Ich fass es nicht Ich fass es nicht Ja Ist was da? Mach einfach Vier Boah 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 Hört er mir auch gut an Der hat gar nichts gebracht So, wir füllen automatisch aus Ich tu dir schon mal mein iPhone auf Ich gucke nicht, ne Ja moin Ist klar Ist klar Ist klar Was ist das? Drei Zwei Eins Go Jetzt geht er Ja Scheiße Du hast ihn wirklich gezogen, ne Scheiße Und du hast noch so viel Karten Jawoll Minus 6 Minus 6 Minus 6 Und du hast sogar noch LF Der wo einfach ultimativ du reinpasst Neymar, ne Du kannst ja auch Neymar darstellen Der wird alles zerstören Und der kriegt einfach noch Insagi in Form Und es wird so eng Es wird so eng Insagi in Form Ich will natürlich nicht Ich will natürlich nicht Ich will natürlich nicht Ich will natürlich nicht Ich will nicht Weil die Ikone linkt ja alles Den kannst du hinstellen Wo du willst Oh mein Gott Wer mit zwei Ikonen Dieses Ding verliert, Jungs Ist offiziell eine Pfeife Der kriegt den TZ-Pfeifen-Stempel aufgedrückt Du hast noch 15 Sekunden, ne Die Zeit läuft ab Vielleicht kriegst du noch ein bisschen was raus Wenn du die Bank sortierst und so Du hast auch leider kein Tots drin, Digga Das ist halt schon ziemlich creepy für dich Aber du kannst ja noch RAV, Digga Kannst du so viele Punkte rausholen RAV Du hast noch 3 2 1 Ding, 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 ding Oh, da waren noch grün eben, ne Da war eben noch grün Äh, äh, wo Habe er noch die Chance Dein Coach? Ja, genau Dein Coach Der entscheidet es jetzt Ich nehme die Nummer 2 Wenn er in der Premier League kommt, bin ich tot Ah, Italien, wichtig Es gibt nur einen Punkt Wird es vielleicht das spannendste Finale ever and ever 171 Ich hatte 179 Ist egal, trotzdem Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen Trotzdem will ich mein Duell am Boxautomat Kriegst du es hier, kriegst du es Oh nein, Alter, das Ding geht weg Drei, ne? Drei, best of Aber best of Gar nichts, ne? Gar nichts Ich spiele an Wir spielen um den Untersetzer von Michaela Verkackt Schreck machen sicher, da ist nix Wow, wieder nix Erste Mal der Beste 18 und 19 Und der Untersetzer bleibt auch bei mir, Bro Hört ich eh keiner Also halt am Maul Untersetzer bleibt bei mir, Bro War nix, war nix, war nix Komm, Jungs, da kommt zu mir, der Untersetzer Alles oder nix, Baby War nix Okay, stopp, stopp Ich mach ein Deal Jeder einen Schlag Um Untersetzer und Hangar Willst alles erspielen? Alles oder nix Ich spiele den Untersetzer und Hangar Okay Ja, ja, ja Der war so verkackt Ja Der langt für dich Nein Der langt für dich Ich darf nix verlieren Der langt Ja 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 Ich krieg beides Kommen du irgendwann Bietest du auch noch was an Okay Der Untersetzer, den schnapp ich mir schon mal Ich schnapp mich schon mal beides Weil das gehört aktuell mir Aber ich biete dir Der Untersetzer zurück Ne, ich biete den da zurück Okay Untersetzer, den behalte ich Ich biete den da zurück Mach noch nen Schlag Aber du musst vorlegen Achso, du schlägst gar nicht mehr Doch Ich mach nochmal Jeder nochmal nen Schlag Scheiße, der war gut Ja, komm zurück, Baby Der war Ja Der bleibt bei mir Ja Aber ich hab mein Untersetzer Eins Ja Oh nein Ja Yes Jetzt biete ich den Mixer Sorry Aber jetzt Wenn er das toppt Ja Okay Ja, Schluss Machst du nicht Digga, sorry Du hast alles gehabt Und hast alles verloren Hat alles gehabt Ja, Jungs Also, dann geh ich damit raus Geh weg Vielen Dank Vielen Dank Ey, ganz kurz Kannst du dein Mikrofon auch? Oh Mann Digga, du hattest alles Und hast alles verloren Aber ich bin ein Ehrenmann Dafür, dass ich das gemacht hab, Jungs Aber halt Ich hab dir das auch nochmal angeblutet Ja, war auch gerecht Ja Wir sind raus Lasst der Scheiße Daumen nach oben da Lasst ein Abo da Haut rein Ciao Kann ich jetzt rückfahren? Nee, sorry, brä Don't you wanna party Sitting in the crowd Feeling heartbeat Everybody's carefree Everybody's carefree Don't you wanna party Sitting in the crowd Feeling heartbeat Don't you wanna party Don't you wanna party Stayin' out all night Feel like we're young Acting like See you next week Weekend Bye Vielen Dank.